So Leute, im heutigen Video unterhalten wir uns darüber, dass innerhalb der nächsten 48 bis 72 Stunden eine große Bewegung zu erwarten ist. Das sind Sachen, die ihr, falls ihr im Besitz von Kryptowährung seid, auf gar keinen Fall verpassen solltet. Wir schauen uns natürlich mein Trade an. Wir schauen, wie die Lage ist, was man am besten machen sollte, was wir erwarten können. Ein paar verschiedene Szenarien und nochmal Bitcoin ganz allgemein. Und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. So, vor ein paar Tagen haben wir darüber gesprochen, dass der 4. Mai ziemlich wichtig sein wird und genau da möchte ich heute anknüpfen. Und natürlich sprechen wir auch über die aktuelle Situation. Bei Bitcoin können wir jetzt gerade sehen, dass wir nach unten gegangen sind. Wir haben Unterstützung am Rand der orangenen Box auf dem 4-Stunden-Chart gefunden und jetzt gerade haben wir hier so einen richtig schönen kleinen Bounce. Ich meine, ich habe vorher gesagt, dass wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt haben, dass wir durch dieses Level, also den Rand der orangenen Box brechen können. Im Moment liegen wir allerdings darüber. Mal schauen, wie die Kerze schließen wird und ob wir dann über dem Level sein werden oder unter diesem Level. So ganz allgemein kann man natürlich sehen, dass der Trend, dass wir Lower Lows und auch Lower Highs machen, dass dieser Trend immer noch intakt ist. Und tatsächlich, wenn ich mir das Ganze jetzt einmal auf dem Chart so anschaue, dann fängt das langsam aber sicher an, so auszusehen, als würden wir hier auf dem 4-Stunden-Chart ein Falling Wedge bilden. Also ungefähr so. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Sache, die wir weiter beobachten sollten und auf jeden Fall ist das eine Sache, über die ich euch auf dem Kanal auf dem Laufenden halte. Fürs Erste setzen wir allerdings unseren Abwärtstrend fort und mal schauen, ob dieser Bounce zu etwas führen wird, was etwas stärker sein könnte, als was sich derzeit auf dem Chart abzeichnet. Alles sind natürlich momentan nur Spekulationen darüber, wohin sich der Kurs in den nächsten paar Tagen entwickeln wird, wenn es dann letztendlich zu einer großen Bewegung kommen wird. Falls ihr euch jetzt fragt, warum, dann kann ich euch sagen, das liegt daran, dass wir am 4. Mai die Sitzung der FED haben und da werden wir höchstwahrscheinlich eine große Bewegung sehen, weil das Ding ist, also der Markt so ganz allgemein erwartet, dass die FED die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben wird. Das ist das, was der Markt einpreist, das ist das, was der Markt erwartet. Alles, was darüber hinausgehen sollte oder auch darunter sein sollte, wird den Markt natürlich überraschen und wird dann letztendlich zu einer noch viel, viel stärkeren Volatilität führen. Nichtsdestotrotz, egal was passiert, Leute, ich denke, selbst sollten wir eine Basis, eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte sehen. Genau wie das, was dem entspricht, was alle momentan erwarten, werden wir trotzdem noch eine gewisse Volatilität sehen. Deshalb schnappt euch Popcorn, die Sachen werden auf jeden Fall richtig interessant werden. Auf dem Daily Chart gibt es jetzt nichts allzu Interessantes und selbstverständlich ist auch mein Trade immer noch offen hier. Wir können sehen, dass ich momentan in einem Gewinn von rund 23 Prozent bin, was ja eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Und ich habe auch noch meine Kaufaufträge hier unten. Sollten wir nochmal nach unten gehen, dann werde ich natürlich noch einmal meinen Trade ein bisschen vergrößern, meinen durchschnittlichen Einstiegspreis nach unten setzen. Denn lasst uns mal ehrlich sein, ich weiß natürlich nicht exakt, wo Bitcoin seinen Boden finden wird. Ich denke allerdings, dass es definitiv irgendwo hier in diesem Bereich sein wird. Also während wir uns der roten Linie nähern, denke ich, irgendwo hier in dieser Nähe. Wir haben all diese Unterstützungslevel, über die ich in den letzten Videos gesprochen habe, wie zum Beispiel den 100er EMA, der massive Unterstützung für uns ist. Dann der reguläre gleitende Durchschnitt, der ebenfalls eine wichtige Unterstützung ist. Dann haben wir noch den ziemlich wichtigen Rang der orangenen Box und selbstverständlich noch die orangenen Linie hier unten bei 36.000 Dollar. Wir haben also auf dem Weg nach unten riesige Unterstützung und besonders auf dem Weekly Chart mit diesem Leveln und definitiv bei dieser roten Linie hier. So ganz allgemein denke ich auf jeden Fall, dass wir den Boden irgendwo in der Nähe dieser roten Linie finden werden. Und während wir weiter nach unten gehen, werde ich natürlich meinen Trade weiter aufstocken und wenn wir nach oben gehen, Profite nehmen. Das ist das, was ich mache. Das ist das, was ich euch mit meinem Trade gezeigt habe. Mal schauen, ob das Ganze klappen wird oder ob ich doch bereuen werde, dass ich in diesen Trade eingestiegen bin. Das wird auf jeden Fall meiner Meinung nach ziemlich interessant sein zu sehen. Bei den traditionellen Märkten haben wir jetzt auch einen Bounce von meinem ziemlich wichtigen Level bei 4.116 gehabt. Hier können wir sehen, wie wir diesen Bounce gehabt haben und jetzt auf Widerstand treffen beim nächsten Widerstandslevel bei 4.150. Das war eine super wichtige Sache, dass dieses Level hält. Denn wenn wir mal in der Geschichte zurückgehen, können wir sehen, dass dieses Level bis jetzt schon mehrfach gehalten hat. Und ja, so ganz allgemein wollten wir auf gar keinen Fall, dass diese Marke durchbrochen wird. Genau deshalb ist dieses Treffen auch in den nächsten paar Tagen so interessant und einfach zu sehen, wie sich die Relativität danach entwickeln wird. Also nochmal, schnappt euch euer Popcorn und macht euch bereit, Leute. Außerdem, falls ihr auch traden möchtet, dann könnt ihr jetzt einen richtig schönen 100 Dollar Bonus bekommen, indem ihr ganz einfach 500 Dollar einzahlt. Das sind super niedrige Einzahlungsanforderungen, wenn ihr meinen exklusiven Famics-Link unten in der Videobeschreibung benutzt. Die vollständigen Bedingungen findet ihr auch in der Beschreibung. Deshalb, falls ihr Bock habt, schaut euch das Ganze einfach mal an. Jetzt kommen wir mal zu einer weiteren Sache, über die ich sprechen möchte und zwar ist es der DXY, der Dollarindex. Hier kann man jetzt sehen, dass wir so eine Art parabolischen Anstieg auf den Daily Chart gehabt haben. Der DXY ist der Grund dafür, dass der Dollar im Vergleich zu anderen Währungen ziemlich stark zugenommen hat. Und was man jetzt hier auch sehen kann, ist, dass während der US-Dollar stärker wird, sinkt natürlich auch der Bitcoin-Preis. Denn wenn man etwas in US-Dollar misst, wie diesen Preis hier, also der Bitcoin-Preis, der wird ja in US-Dollar gemessen. Und wenn der US-Dollar stärker wird, dann wird er natürlich im Bitcoin im Vergleich zum US-Dollar, also nach unten trennen. So funktionieren ganz einfach die Dinge. Aber was man jetzt auch sehen kann, ist, dass wir eine parabolische Phase gehabt haben. Und naja, alles was parabolisch ist, muss auch irgendwann einmal aufhören. Hier auf der rechten Seite, in diesem kleinen Spickzettel, wird das auch nochmal verdeutlicht. Deshalb, wir müssten mal schauen, ob das schon das Ende des parabolischen Anstiegs des US-Dollars wäre. Und sollte das der Fall sein, wird das natürlich auch hilfreich für Bitcoin sein. Denn dann könnte Bitcoin im Vergleich zum US-Dollar wieder einen Wert gewinnen. Also wenn dieser parabolische Anstieg tatsächlich zu Ende sein sollte. Und auf jeden Fall werden wir die ganzen Sachen weiter im Auge behalten. Und im Grunde genommen war es das dann auch schon für heute. Ich danke euch allen dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Teilt das Video auch unbedingt mit euren Freunden. Und das unterstützt mich tatsächlich noch am allermeisten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.